Jo Leute was geht, willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es einfach mal ein FIFA Pack Opening mit dabei ist der Weedie. Jo Leute was geht, ich bin auch dabei. Ja und ich habe mir jetzt gerade für 100 Euro FIFA Coins geholt. Nice. Keine Ahnung warum, ich spiele gerade zum ersten Mal Ultimate Team, ich habe es einfach noch gar nicht gespielt. Weedie ist da schon ein bisschen der Pro drin, also Pro jetzt auch nicht, aber erkennt sich ein bisschen mehr aus. Ja und Leute, wenn ihr mehr FIFA sehen wollt, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Vielleicht könnt ihr mir echt vorstellen, das vielleicht ein paar Mal in der Woche zu bringen, einfach so. Ein paar Highlights oder was, keine Ahnung und Pack Openings und so weiter. Ja dann würde ich sagen, wir öffnen jetzt einfach mal diese Prime Gold Set Limited Dings. Du bist jetzt so runter, damit du aufs Pack kommst, du willst noch mehr, genau. So gell, auswählen. Und dann musst du eben nochmal bestätigen. Okay ich nehme aber FIFA Points oder? Genau, okay. Okay Leute, Walkout. Nein leider nicht. Und eine kleine Sternschnuppe, oh das Pack war absolut Waste. Uh, der sieht gut aus, Manolas, aber immerhin besser ist meine ganzen Bronzespieler, die ich gerade habe. Also, ja, wir machen weiter. Also du gehst jetzt hier hin, alle da hinten reingetten. Ja genau hier und dann in den Verein hinzufügen. Okay, kann ich die auch einfach alle wegwerfen? Ja du kannst die alle verkaufen, also Abschlusspreise, aber jetzt am Anfang absolut dumm, weil du alle brauchst, um dein Team zu bauen. So, kein Walkout, oh shit Leute. Ultra kleine Sternschnuppe. Ey. Oh fuck Alter. Äh, Vitolo, Vitolo. Alter. Okay, komm jetzt. Next one. Next one. Komm. Komm, 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 komm. Und kein Walkout. Digga, ich ziehe da auch nur Crap. Äh, was ist das, Jamaika? Ja, man ne. Man ne, okay. Aber der ist gut. Ja. Ich mag den. Ja. Was ist noch dabei? Ja okay. Crap. Alle in deinem Verein einfach. Crap. Leute, ich habe nämlich noch gar keine Spieler, bis auf diese ganzen Bronzes, Dinge in meinem Verein, deshalb gehst du da jetzt alle rein. So, let's go. Oh, leider kein Walkout. Junge. Aber ich ziehe, ich ziehe. Torwart, okay, Birgovic. Der ist gut. Ja. Den mag ich, der ist echt nice, also den würde ich spielen. Okay, okay. Birgovic, geiler Tor, kann man nicht sagen. Schürrle, hasse ich. Goedes ist aber auch gut. Okay. Gut, das, ich habe mich glücklich verlesen. Okay, und den hast du jetzt doppelt, das hast du gesagt, okay, gehst auf die andere, also gehst, ne, 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 gehst rück auf B, dass du gehst hier drauf und dann auf Abschlusspreis einfach, ja. Oh, ich habe Münzen, oh mein Gott, okay, okay, let's go, komm, 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 komm. Oh, kein Walkout. Lass mich da mal ein, zwei Packs öffnen, okay? Okay, maker das. Was? Okay, was ist da drin? Oh, der sieht aus wie 80, Alter. Oh, laulade, wow. Okay, wer ist noch so dabei? Moses ist echt gut, also den mag ich. Oh, und dann war auch noch, da war ein geiler dabei. Okay, so, wir machen jetzt das nächste Pack auf und bitte Luck. Okay, komm, nee. Kein Walkout, ich überspringe das Pack mal. Richtiges Snitch. Okay. Bäh. Als ob, wir müssen aber ein Duplikat haben, weil ich glaube nicht, dass er bester ein 80er ist, oder? Lol, wir hatten gerade ein 80er in einem 45k Pack. Okay, komm, wir brauchen jetzt Glück. Wir haben nur noch vier Packs, wir haben noch vier Packs übrig. Ich hoffe, dass wir jetzt das ziehen. Come on. Komm. Es ist wieder kein Walkout. Es kann nicht sein. Torwart. Okay. War das. Ich zieh jetzt nochmal eins. Pass, zieh nochmal, warte, ich schluss ihn noch schon jetzt überall rein. Ich kette das, ja. Oh, Jesus war dabei in dem Pack. Jesus ist ein nicer Spieler, aber auch nicht teuer. Also, Jesus ist eine nice Karte. Okay. Oh, wieder kein Walkout. Nee. Boys, was ist da los? Was ist das? Can. Okay. Wir haben... Füge es einfach alles in den Verein mal hinzu. Wie viel... Hast du jetzt noch? Wie viel Packs? Ich glaube, zwei. Zwei, wow. Okay. In zwei Packs musst du jetzt noch was ziehen. Let's go. Komm. Kein Walkout. Digga. Noch ein Pack. Oh, Deutschland. Innenverteidiger. Wow. Ta. Kenn ich nicht mehr. 82er. Digga, das ist irgendwie schon low, was ich hier pulle. Okay. Okay, Leute. Letztes Pack jetzt hier. Jetzt noch einmal Glück haben. FIFA Points. Bam. Komm. Komm. Ey. Keine Aftermark. Ey, die stellen schon für sich die kleinen. Das ist doch gut. Das ist doch ein 81er. 82er. Na, so wie... Ja. Wollen wir noch normale Packs öffnen? Ja. Schon, gell? Ja, Goldsets, oder? Okay, da gehen sich halt jetzt so viele aus. Boah, okay. Die sind halt schon... Egal. Da ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass du was krasses ziehst. Mal wollen wir mal schauen. Premium Goldsets schon, oder? Ja, ja, klar. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit echt gering, dass du irgendwas krasses ziehst. Ich halte, wir skippen das einfach durch, oder? Ja, da brauchst du eigentlich nicht von Walkouts ausgehen. Nicht? Ne, ne, also nicht. Schau, was da drin ist. Oh, ja. Der ist schon ganz nice. 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 Ich kette die alle zu meinem Verein. Was ist das? 4.000 Münzen. Nicht schlecht. Wow. Nice. Let's go. Nächstes Pack. 150 FIFA Coins. Ich glaube, bis wir damit fertig sind, sind irgendwie 10 Jahre alt oder so. Das geht ja gar nicht. Okay. Wow. Soll ich die nicht einfach alle verkaufen dann immer, oder? Ne, das ist schon dumm, oder? Ne, die verkaufst du dann halt einfach selber danach. Okay. Let's go. Welche, die was wert sind. Let's go. Uh. 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 Wow. 83er. Gar nicht zu kacke, oder? So ein Goldpack. Geht. Ja, ja. Du bist nur neidisch, Weedie. Ich bin mega neidisch. So. Jetzt walk out. Let's go. Wahrscheinlich geht es nicht mehr in so einem Pack. Doch, klar. Du kannst alles ziehen in dem Pack. Torber. Wow. Bäh. 76er, Alter. Okay. 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 Guys, next. Paul, uh. Pack. Oh, ja? Mach du jetzt mal ein paar auf. Okay. Ich geh mal schlafen. So, Leute. Wir eröffnen jetzt mal ein paar Premium Gold Sets. Und die werden richtig nice werden. Okay. Wir können die meist eigentlich skippen. Let's go. Let's go, Leute. Nächstes Gold Pack. Vielleicht sogar ein 82er. Oh, nein. Ein 78er. Wow. Okay, den können wir nochmal schnell verkaufen. Aber wir brauchen doch jetzt auch irgendwas Gutes in dem Set Packs. Das kann es nicht geben. Wir haben schon 10 45k Packs geöffnet. Und einfach nichts gezogen, was ansatzweise was wert ist. Ich kann. Nein, ich stoße das mal nicht ab. Weil da haben wir noch vielleicht ein paar Manager Sachen dabei und so. Komm. Es kann. Es ist absolut lächerlich. Wow. Oh, Sahin. Der ist nice. Ich spielte bei Broughton Farms TV. Genau. Aber wir könnten dann das Quad Builder Challenge eigentlich machen. Ja. Würde ich auch vorschlagen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, der ist gar nicht mal so schlecht. Okay, nächstes Pack. Und jetzt kommt, was nichts krasses ist. Ey, Junge. Was ist da los? Was ist das? Der Martins. Aber wir bauen nachher dann mein Deck zusammen. Wir machen auf jeden Fall einen Inferno Dragon rein. Ne, wir machen einen Inferno Turm, würde ich sagen. Ja, meine ich ja. Inferno Turm und irgendwie noch, keine Ahnung, eine Rocket oder so. Ja, genau. Okay, ich würde sagen, ich mache noch so zwei, drei Packs auf. Dann sehe ich noch ein paar nice Spieler. Mhm. Janko. In Österreich, ja. Äh. Ach, du Kacke, okay. So, muss ich sagen. Ey, 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 ey. Kein einziger Spieler, der, glaube ich, über 10k Wert ist. Also, hätte eindeutig besser laufen können. Ey. Wir haben nicht mal irgendwie einen Inform oder so gezogen in den Packs davor. Kein Inform, keine Special. Das war das erste Pack Opening, Leute. Also, beim nächsten Mal wird es vielleicht mehr Lack geben. Also, ja. Falls es das nächste Mal gibt. Genau. Eww. Eww. Okay. Weiter geht es jetzt hier mit einem Bronze Set. Nein, Spaß. Okay, wir machen schon die Gold Sets auf. Obwohl die irgendwie auch schon irgendwie low sind. Okay. Ja. 150 FIFA Points. Let's go. Jetzt Walkout. Ne, fast. Ich weiß sogar, wie das aussieht, Leute. Ich habe mir so ein paar FIFA Pack Openings angeschaut. Uh, Mava Vetschk. Keine Ahnung. Irgendein komischer Dude. Let's go. Ah, ja. Nächstes Pack, Weedy. Was sagst du? Walkout? Ne. Aber, aber. Ich sehe nicht mal ein 80er. Da hat der Weedy recht. Okay. Aber ich füge trotzdem einfach alles hinzu. Mal schauen. So, nochmal FIFA Points. Let's go. Ja. Und kein Walkout. Aber wir haben jetzt ein 85er oder so. Kann man da Messi auch rausziehen? Walkout ist auch 85. Ah, ja. Voll. Wow. Der ist sogar gar nicht so schlecht. Der sieht heftig aus. 78. Aber der ist nicht so schlecht. Ist nicht schlecht. Ja. Der ist spielbar. Ist er spielbar? Ja, aber so nicht zu allen, die den Spielern sagen können. Pay to win, Guys. Auf jeden Fall am Start. Ach, du Kacke, Digga. Was ist denn das? Bähnete. Okay. Next Pack. Let's go. Premium Gold Set. Walkout. Nein. Wie viel kannst du noch 10? Genug. Über 10. Ne, nicht ganz 10. Aber so ein paar schon. Okay. Das ist natürlich jetzt doppelt. Wie der Platz auf LT? Okay, Leute. Die letzten 10 Packs sind jetzt hier am Start. Mal schauen, was wir noch ziehen. Wir haben erstmal irgendeinen Kacka. Wurscht. Boom, Leute. Das ist so. Oh. 85er. Ja. Digga, schauen wir, wie der aussieht. Oh, egal. Das ist ja das wie du, Jonathan. Das ist ja das wie du. 1 zu 1. Gehen wir auf der Seite abbieten. Der wird nicht allzu viel und dann noch preisvergleich. Der wird höchstens so 5k wert sein, oder? Gehen wir rüber. Ja, okay. Sogar 9k. 3 Packs können wir noch öffnen. Die letzten 3. Und jetzt will ich nochmal was krasses ziehen. Let's go. Oh, da war sogar eine Sternschnuppe. Der Weg ist so ein 81er. Wow. Ötzi. Ötzi. Jakub. Geil. Nice. 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 Let's go. Das ist ja mega wack. Mega weak. Letztes Pack. Erstmal auf Nein drücken. Komm. Ey. Digga. Das ist so low. Okay, Leute. Das war es jetzt erstmal mit dem Pack Opening. Ich baume jetzt irgendwie mein Deck. Jonathan zeigt mir jetzt, wie das geht. Hab ich gehört. Und. Ja. Wir haben jetzt ein richtig krasses Deck am Start. Nein, eigentlich ist es ziemlich kacke. Und es ist auch kein Deck. Aber egal. Leute, das war es jetzt mit diesem FIFA Pack Opening. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt jetzt hier, könnt ihr mich abonnieren. Hier geht es um Nice Merchandals. Und hier findet ihr ein random Video. Checkt irgendwas ab. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao.